Hallo und herzlich willkommen zurück bei Robocop Rogue City. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So, wir sind wieder im Polizeirevier. Und Becca... ...ist auch da. Die Störung untersuchen. Was ist mit dir? Du hast einfach nur keinen Bock mehr. Okay. So. Oh. Es ist eine neue Zeit. Und du musst es akzeptieren. Meine Roboter sind hier, um zu bleiben. Okay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains. No glitching. Total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's Robocop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, oldtimer. I have important people to meet. Multimillion-dollar-Kontrake to sign. You know? The usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you two. Murphy. Briefing room. Now. Ja, warte. Hier liegt noch ein Zettel. Was ist Delta City? Keine Verbrechen, keine Armut. Sichere, geschützte und saubere Wohneinheiten für alle. Für Sie, für Ihre Kinder. Entscheiden Sie sich heute für eine strahlende neue Zukunft in der Stadt von morgen. Okay. Das ist einfach nur Quatsch. In dem Besprechungsraum. Jawohl. Sarge, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. So. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is. But there's still a mole that we need to find. It's got to be the rookie. I'm sitting right here. So. We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just the confession. Okay, also ab ins Gefängnis. Hey Murphy. That news lady is in the lobby waiting to talk to you. Oh. Ich gehe mal zu der Samantha Ortiz. Die taucht jetzt da. Da hockt sie. Äh, steht sie. Robo, do you have a minute? Muss ich mal rauchen? Listen, I wanted to say that I am misjudged you. My crusade is against OCP. You were just collateral. So to extend an olive branch, I'd like to give you this. What is it? It's the tape of you glitching the other day at the mall. It's the only copy, so you can do whatever you want with it. I am sure your TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Thank you. Now that I have you here, can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election. Seems that people value your opinion. I would be happy to oblige. Okay. Roll the tape. I'm here at Metro West, conducting an interview with a man that needs no introduction. Robocop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Cusack had recht, Delta City wird der Untergang Detroit sein. Delta City erscheint vielversprechend. Ich habe das Detroit der Gegenwart im Blick. Aber das wäre halt neutral. Ah, da oben haben wir noch was? Malzeit recht. Delta City ist die Hoffnung für old Detroit. Nee, ich sag, das ist der Untergang. Delta City wird der Untergang der Untergang der Detroit. Also, Sie agree mit Mayor Cusack, dass Delta City mehr harm zu der Stadt bringt? Vielen Dank, dass Sie Ihre Stanz auf diesem wichtigen Thema klärenken. Das war Robocop für Channel 9. Samantha Ortez, aufgerufen. Danke für die Interview, Robo. Wir werden aus Ihres Haares raus, als nächstes wir das Werkzeug auspacken. Jawohl. So, aber jetzt zum Gefängnis. Ich wollte jetzt den Bürgermeister mal kurz unterstützen, weil ein Polizeirevier ist für politische Haren eher als für als ein Krankenhaus. So. Und, ähm. Ich finde, der Bürgermeister, der jetzige, ist gut. Die sind ja alle nur um Quarz und um nichts tun, gell? Hm. Weil Delta City hat im Film auch schon nichts gebracht. Es sah zwar hübsch aus, aber das wäre der Untergang Detroits. OCP-Correctional. Okay. Und wieder zurück auf Anfang. Geschlossen. Wendel Gefängnis. Okay. 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 Wer bist denn du? Der Anwalt, oder? Nee, der Direktor. Abschauen, der auf seinen Prozess wartet. Ein Problem, das sich von meiner Liste streichen kann. Erst abschauen. Another problem off my list. But not off mine. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison. But now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So, either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah. Good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Out of order. Haha. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking. You know. The trick is to keep your hands busy. The best way to keep my hands busy is to hand me a criminal. Oh, so much anger. I know where it's coming from. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you, the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. Ich habe diese Spielchen satt. Sie können mir nicht geben, was ich brauche. Es gibt nichts mehr, der herzustellen. Ich habe bereits gestorben. Eine Zeit zu viele. Du hast gestorben, inappropriiert, ohne eine Familie, ohne die Chance zu spielen, mit deinem Sonnen zu spielen, wenn du es so fühlst. Ich habe es nicht mehr, wenn du es so fühlst. Der neue OCP-Projekt ist das, was das möglich ist für dich. Ist das warum du all diese dead bodies brauchst? Ich kann dir mehr sagen, wenn du nicht in deinem Sonnenblatt hast. Ich will die Details des Projekten und die Namen des物en. Ich bin ein bisschen mehr, wenn du dich in deinem Sonnenblatt hast. Aber ich will nicht, dass du dich in deinem Sonnenblatt hast. So, ich will dir das, was du das. Das Projekt ist, der Afterlife. Tread carefully. Es ist die letzte Chance für dich und deine Familie zu sein. Wir müssen uns wiederholen. Wir müssen den Prisoner zurückkommen. Es sieht aus, wie ein voll-blown-Riot geht. Was auch passiert, diese Slime ist enthalten. Könnte sein. Aber jetzt müssen wir uns auf die anderen Prisoner beschäftigen. Sie sind armiert und stürmen die Wardens Office. Wir brauchen deine Hilfe. Robo? Ich werde sie auf den Weg zur Reform. Okay. Warte mal ganz kurz, da war es ein Auftrag reingekommen. Was haben wir denn jetzt hier? Einbruch in die Waffenkammer. Illegale Übertragung. Wer nützt das Geständnis? Warte mal, gehen wir eher in die Waffenkammer. 42. Dann retten wir mal den Tag. So. 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 Wie komme ich jetzt zur Waffenkammer? Hier. 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 So, dann schauen wir mal in die Zerwaffe. So, ein Bruch in die Waffekammer. Gibt's hier sonst noch was außer Waffen? Nee, aber Gesundheit. Die haben wir ausreichend. So, dann machen wir noch die illegale Übertragung. Was war das hier? Diverse Missionsziele. Polizeiarbeit. Hier? So, wie komm ich da hin? Wahrscheinlich da. Nachgeladen ist? Nee. So, wie komm ich jetzt dorthin? Komm ich von der Seite? 31 Meter. Guck mal, diese Musik, ne? Finde ich immer so eine leichte Verwarnung. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Theoretisch müsste es okay durchgehen, oder? Ich weiß nicht, wie ich es da, oder? Rätiert euch. Upsi! Äh, Kantine? Der Platz hochgehen. Okay. Warum ist hier so viel Falschgeld? Alles korrupte Polizisten, oder wie? Das ist schon ein Gederb, das ist so gut gemacht. Da haben wir wieder Musikprobleme. Überraschend für ihre Wahl Verstehe ich nicht. die Übertragung zum Schweigen bringen, da. So. Ist alles illegal. So. Weil die Musik, da kriege ich mal eine Dingenskirchen. Kleine Verwarnung ist es nicht. Das ist einfach nur der Hinweis, dass ich dieses Video nicht monetarisieren kann. Kann ich sowieso noch nicht. Und deswegen, ja, Musik. Musik ist echt furchtbar. So, dann machen wir noch mal unseren kleinen Kollegen retten. Na, wie heißt der? Unseren Direktor. Da geht noch die Treppe hoch, genau. So. Da geht's auch noch lang. Was hast du hier? Musik So, gleich mal heilen. Musik Hm. 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 So, da soll man herkommen, ich gehe mal hier rüber, da. Nach Glaubnis und Bäm. Den haben wir. Ich gebe ihm meine Regards. Ich gebe ihm viel mehr als das. Call mich auf der Radio, wenn du mich brauchst. Sir, Block A ist clean. Gut, wir halten es so. Oh, das ist das Wettbewerb. Wir haben eine Baking-Klasse für die Inmates gemacht, und ich muss sagen, ich habe es auch Spaß gemacht. Ich habe es mir selbst gemacht. Schade, es wird in Waste gehen. Der ist doch schon längst weg, oder? Den Aufstand muss man doch nutzen, um zu flüchten. Nein? Nein? Ja, wir gehen rein. Ja, es wird Zeit. Ich bin bereit, um zu gehen. Okay, dann, guten Glück. Ich bin froh, Robocop. Ich bin froh, Robocop. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen, jemanden aus dem Außen. Es könnten nicht die Präzis. Sie waren armiert. Erinnerst du meine Präzis? Ich habe eine Frau und Kinder. Bitte! Ich habe dir gesagt, dass ich einen Tag einen Tag aufbauen würde. Ich bin froh, ich bin froh, ich habe ihn mit dem Faktum. Ich habe ihn. Ich habe ihn! Sie haben ihn. Sie sind die Präzis. Ich habe ihn. Hier sind die Präzis. Wendel. Sie gehen für seine Zelle! Ich bin jetzt auf meinem Weg da. Ach, wurscht. So. So. Was ist hier noch irgendein Gangster? Ja. Was ist die Situation? Das, 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 das guy takes bribes von prisoners and wants to blow my head off because I snitched on him. Oh, bullshit. This lowlife garbage is hiding a gun. I just want to disarm him and cuff him. If you let him cuff me, he'll kill me. Just let me go. I know where the other guards are. I'll head there right away. Let him go. You're making a mistake. See ya! Robocop hat normalerweise den Stresslevel, äh, Apparello doch, oder? Was? Okay, war ein Fehler. Hm. Da muss Robocop sich dann später für verantworten. Die sind oben, ne? Die sind oben, ne? Die sind hinten. Die sind oben. Die sind oben. die sind oben. Er ist ihr? Wann? Er muss das haben? Oh,'s categories? Juventus. Der ist rechts in Schicksal. Die sind oben. Oh, das ist leer. Was ist er? Oh, das ist leer. Okay, die Beine sind frei. Da kann man noch die Beine zählen. Was ist jetzt los? Wer bist du? Ach, das ist unser Drohntiner. Das ist der Drogendealer, der Discount-Drogendealer. Das ist der Drogendealer. Das ist der Drogendealer. Das ist der Drogendealer. Das ist der Drogendealer. Spektakuläre Klucht von dem Wendel. Das ist der Drogendealer. Ich bin ein richtiger Verbrecher. Ein echter Mörder. Und die Leute aus dem Ghetto lachen schon über mich, weil ich in diesem Kindergarten gelandet bin. Denn ihr Gefängnis nennt. Wenn sie von den Bug-Kursen hören, ist mein Ruf ruiniert. Jimmy. Das ist der Bulldogge-League. Mhm. So. Ich tu die Bulldogge da heute oder was? Ich glaube ich schon du. Oh, das ist hier der von der Card Games. Von der Spielhalle. Sehr gut. Trifft man doch die ganzen Nebencharakter auch noch. Wohl gut. Wohl, 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 wohl. Wohl, 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 wohl. Wohl, 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 wohl. Wohl, 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 wohl. ich weiß ja immer mit granaten rum ich brauche wieder ein bisschen gesundheit hatte das eine batterie mehr oder minder strubkasten was hast du für ein problem sie müssen bei ihm bleiben ist das nicht der grattler der ja das ist er irgendwie kommt er vor uns hierher das ist doch der den wir gerade hier oder freigelassen haben mehr oder minder los hakt ein bisschen da waren welche so 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 wieso hauten die ab so da war doch gerade das schalter äh ein schaltkrass oder nicht nee dann hab ich mich eingebildet okay so Das war's für heute. Wollen wir mal schauen hier, wie die ist. Also die Gegner werden schon echt knackig mittlerweile. Geht doch recht lang, die Mission. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen, Neger? Was ist mit dir los? Wer ist ab zum Parkplatz? Die ist ganz schön stark, die Waffe. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Feuerzeug Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020